Hallo, ich bin Candy. Ich hatte vor 14 Monaten meinen Schlauchmagen hier in Ismir. Mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mittlerweile 45 Kilo abgenommen, bin ja im Normalgewicht, bin jetzt auch für eine zweite OP hier gewesen. Also ich bin so zufrieden mit Medical Fly, dass ich nochmal wiedergekommen bin und den Service nochmal angenommen habe. Und bin mit Transfer und allem drum und dran, auch mit dem Hotelaufenthalt und allem sehr zufrieden und würde auch immer wieder kommen. Da ich sowieso in Ismir bin, dachte ich mir, dass ich den Doktor, der mich damals operiert hat, für den Schlauchmagen nochmal besuchen komme. Hat sich auch sehr gefreut und haben nochmal eine Kontrolle durchgeführt, ein nettes Gespräch geführt. Ich kann den Doktor sehr empfehlen. Wie gesagt, die Organisation, die Nachsorge, alles ist super gelaufen. Ich bin wirklich sehr zufrieden und würde sogar, wenn es nötig ist, nochmal wiederkommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.